Ei, ei, wie rasch das Arkanum wirkt. Ich sehe, sie hat euch das Blut flink gemacht und die Augen hell. Ich erkenne den düsteren Sermoroses von gestern kaum und kann beinahe nicht mehr redlich Zeugenschaft ablegen vor Pfarrer und Notar, dass ihr derselbe seid wie alle sonst. Aber sie sind schon auf der Treppe, die ehrwürdigen Herren. Haltet also um das Respekt des Willen Antikopulationen zurück mit aller Zärtlichkeit. Die Postkopulationen mein wohlerlaubtes Vergnügen und sogar Pflicht frommer Ehegatten ist und jede Ehe besser würzt als Rosinen den Kuchen.